Hey Leute und herzlich willkommen zu Tag Nummer 5 der Neon Pads Woche und heute lassen wir die Fledermoss zu Neon werden und ich würde sagen, die geht jetzt auch rein, so Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, hierbei, okay, Nummer 4. So, ich wünsche mir hierbei, dass die Nase und die Ohren tatsächlich in Neon sind. Ja, genau wie ich es mir gewünscht habe, aber ich hätte mir gewünscht tatsächlich, dass es eine andere Farbe wäre. Ich meine, okay, das sieht im rot-orange Look auch ziemlich cool aus, aber ich glaube, weiß oder so, hellblau wäre auch ziemlich gut, aber ich will mich nicht beschweren, ich meine, es sieht doch gut aus. Ja, und Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns zu uns, dann sehen wir uns morgen.